Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 2. August. Und wir beginnen am heutigen Freitag direkt wieder mit den Markierungslinien für den DAX im Tagesschart vom Mittwoch. Am Vortag hatten wir ja keine Markierungslinien genannt. Am Mittwoch hatten wir den Short-Bereich hier zwischen 18.550 und 18.600 Punkten gehabt. Dann hatten wir auch im Tageshoch direkt hier im Short-Bereich gelegen. Danach ging es dann abwärts und am Vortag kam dann der Abverkauf. Sie erinnern sich vielleicht, ich hätte noch vor einigen Tagen darauf hingewiesen, warum der Long-Bereich hier so tief ist, weil ich eben auch mit diesem Abverkauf gerechnet habe, beziehungsweise diesen für möglich gehalten hatte. Der Long-Bereich hat für den Vortag ja nicht gegolten, weil ich erstmal abwarten wollte, wie sich der Markt dann weiter verhält. Die US-Märkte hatten sich ja am Mittwoch relativ stark gezeigt und konnten kräftig hochlaufen. Der DAX konnte davon wenig profitieren. Und am Vortag kam es dann hier sowohl im DAX wie auch an den US-Märkten zum Abverkauf. Und wir sind dann hier direkt im ehemaligen Long-Bereich aus dem Handel gegangen bei 18.034 Punkten. Wir werden sehen, ob sich die Abwärtsdynamik dann weiter fortsetzt und wir auch unter die Marke von 18.000 Punkten fallen, unter die Marke von 18.000 Punkten nachhaltig fallen. Darauf deutet einerseits hier die lange bärische Vortageskerze hin, auf der anderen Seite sind wir auch stark überverkauft. Und im kurzfristigen Bereich ist eine Gegenbewegung nun mehr als überfällig. Nun spielt aber auch die politische Komponente damit rein, beziehungsweise außenpolitische. Die Lage in Naos eskaliert aktuell wieder weiter und es könnte möglicherweise zu einem Angriff kommen des Irans auf Israel. Wir werden sehen, ob das so kommt, falls die Lage da weiter eskaliert und ein weiterer Angriff bevorsteht. Eine ähnliche Situation gab es ja bereits im April. Dann wäre natürlich mit einem weiteren Gapdown zu rechnen. Der Markt dürfte dann sehr schwach eröffnen und natürlich dann auch die Marke von 18.000 Punkten nachhaltig nach unten durchbrechen. Wir machen dann weiter mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart. Da konnten wir nach dem starken Anstieg hier vom Mittwoch am Vortag noch leicht weiter ansteigen, sind dann aber letztendlich hier erneut an der unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt, haben damit auch den vorherigen Ausbruch erneut bestätigt. Also der Anstieg hier war lediglich ein Pullback, ein Retest hier der ehemaligen Ausbruchsstelle. Danach ging es wieder abwärts und wir sind auch hier dann mit der langen bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Aber zu beachten ist außerdem, dass wir zunächst hier an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke wieder nach oben abgeprallt sind im Tagestief. Und außerdem auch den 50er EMA, die dunkelblaue Linie, hier verteidigen konnten. Wir sind direkt am 50er EMA bei 5.444 Punkten aus dem Handel gegangen und könnten möglicherweise nun im S&P 500 gerade mit der Ichimoku-Wolke hier als Unterstützung vor einer Bodenbildung stehen, zunächst vor einer kurzfristigen Bodenbildung stehen und dann eine erneute Gegenbewegung einleiten. Brechen wir weiter nach unten durch und rutschen auch unter die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke, dann würde sich die Unterstützung hier bei 5.330 Punkten als nächste Anlaufmarke befinden. Geht es weiter tiefer, wäre der nächste Anlaufbereich bei 5.230 Punkten mit der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu sehen. Und unterhalb der Wolke würde sich die Lage natürlich nachhaltig eintrüben. In diesem Fall wäre dann eher mit langfristig weiter fallenden Kursen zu rechnen. Und auch hier natürlich, wie bereits gerade beim DAX erwähnt, ist dann die Lage in Naos weiter zu beobachten. Kommt es hier zu einer weiteren Eskalation oder zu erneuten Kampfhandlungen zwischen dem Iran und Israel, dann wäre es natürlich möglich, dass diese Ichimoku-Wolke hier auch relativ schnell nach unten durchbrochen wird. Gut, und dann kommen wir zu den Einzelaktien. Da schauen wir uns erneut den Wert von PayPal an, die hier tatsächlich an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals nach unten abgeprallt sind. Wir sind dann mit dieser bärischen Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleineren Kerzenkörper hier aus dem Handel gegangen bei 65,31 Dollar und könnten nun möglicherweise in den kommenden Handelstagen dem Abwärtstrend folgend hier vor einem erneuten Rücklauf stehen und zunächst dann den 200er EMA anlaufen bei derzeit 62,80 Dollar. Und darunter wäre dann mittelfristig auch ein weiterer Rücklauf hier zum noch offenen Gap zu erwarten, das derzeit bei 59,10 Dollar notiert. Gut, und abschließend kommen wir dann zu einer weiteren Aktie, nämlich dem Wert von Tesla. Da hatte der Zuschauer Marcel eine Bitte gehabt zur Analyse, der komme ich gerne nach. Wir sind hier bei Tesla nach dem Verlaufshoch bei 271 Dollar wieder deutlich zurückgekommen. Die Aktie ist aber auch generell sehr volatil, wie man bereits hier in den Vormonaten erkennen kann. Aktuell notieren wir erneut hier direkt am 50er EMA und außerdem konnten wir in den Vortagen hier den 10er EMA, die Hebelow-Linie, nicht nachhaltig erobern. Es kam hier nur zu einer Erholung, zu einem Abprall am 50er EMA. Bei dieser Erholung konnte dann der 10er EMA nicht nachhaltig nach oben durchbrochen werden, was dann bereits ein Schwächesignal war, welches dann auch bestätigt wurde am Vortag. Wir sind hier wieder nach unten abgeprallt, notieren damit weiterhin unter dem 10er EMA und solange dies der Fall ist, ist dann eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Ein weiteres Schwächesignal würde sich ergeben, sobald wir hier den 50er EMA ebenfalls nach unten durchbrechen würden. Dann wäre die nächste Auffangmarke noch der 200er EMA, sowie die Unterstützung hier bei 207,70 Dollar. Aber brechen wir auch da nach unten durch, dann würde sich die Lage nachhaltig und auch langfristig eintrüben. Dann wäre auch damit zu rechnen, dass wir mit weiter fallenden Kursen oder auch nur bei einer normalen weiteren Seitwärtsbewegung in diesem Bereich hier aus der Ichimoku-Wolke dann seitwärts nach unten durchbrechen und damit dann ebenfalls ein weiteres Schwächesignal generieren. In der Regel führen Durchbrüche unter die Ichimoku-Wolke zu mittel- bis langfristig weiteren Abgaben. Also ist genau darauf zu achten, wie sich dann die Aktie hier in diesem Bereich um die Ichimoku-Wolke weiterhin verhält. Die bullische Variante wäre, dass wir hier den 50er EMA verteidigen können, diesen Bereich hier weitgehend verteidigen können, wieder nach oben abprallen und in der Folge dann auch ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er EMA gelingt. Dann könnte hier dieses noch offene Gap geschlossen werden und sollte es weiter aufwärts gehen, dann könnte auch erneut hier der Widerstandsbereich um 270 Dollar angelaufen werden. Das bedeutet, solange wir unter dem 10er EMA notieren, ist eher mit weiteren Abgaben zu rechnen. Ein Durchbruch nach oben wäre dann bullisch zu werten und ein Durchbruch auch unter den 50er EMA würde die übergeordnete kurzfristige Abwärtsbewegung bestätigen und höchstwahrscheinlich dann auch beschleunigen. Gut, und abschließend fährt man dann noch ein Blick auf den Optik-Syndikator auf der Seite von sentimentrader.com für den S&P 500. Da sind wir wieder deutlich zurückgekommen, nähern uns hier wieder der überverkauften Marke, also der grüngestricketen Linie. In diesem Bereich oder etwas darunter würden sich dann erneut Long-Positionen für den langfristigen Kursverlauf anbieten. Wir sehen bereits, dass wir hier das letzte Mal im April diesen nachhaltig nach unten durchbrochen haben, diesen Bereich hier der grüngestricketen Linie in der Folge wieder angestiegen sind und damit dann auch ein weiteres Long-Signal generiert wurde. Wir haben hier also noch etwas Luft nach unten, möglicherweise werden wir in den kommenden Tagen noch etwas weiter abrutschen, aber sobald wir hier diese grüngestrickete Linie dann nach unten durchbrechen, wäre dann laut diesem Indikator hier laut dem Optik-Syndikator auch mit einer baldigen, längeren Gegenbewegung zu rechnen. Falls Sie eine spezielle Aktie haben, die Sie gerne analysiert haben wollen, dann schreiben Sie das bitte im Kommentarbereich unter dem Video. Ich werde diesen Wert dann in den kommenden Videos mit aufnehmen oder falls es andere Verbesserungsvorschläge gibt, bitte einfach im Kommentarbereich mitteilen. Und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Iange Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen ein hohes Wochenende, viel Erfolg noch im heutigen Trading und dann bis Montag mit dem Iange Markets Morning Call und auch wieder mit dem Iange Markets Chartflash. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.